Silvio, herzlich willkommen zum Interview. Freut mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen ja heute einfach nochmal über deine Reise zum Hochpreis-Closer. Und wenn du Lust hast, würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz vorne an. Und du darfst mir mal erzählen, was du eigentlich beruflich gemacht hast, bevor du dich entschieden hast, dich nochmal weiterzuentwickeln. Ja, also ich habe, sage ich jetzt mal, von der Pike auf eine Karriere im öffentlichen Dienst gemacht. Also ich habe die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert, habe dann später noch studiert und bin jetzt eigentlich im Moment noch Beamter im gehobenen Verwaltungsdienst bei einer kleineren Stadt hier in der Gegend. Ja, mein Hund ist hier im Hintergrund, sorry. Genau, und wie gesagt, so ein bisschen Karriere gemacht. Ja, stark. Du bist schon der zweite Beamte, mit dem ich heute spreche. Das scheint ein Trend zu sein. Was war denn da jetzt für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich entwickle mich nochmal weiter, ich möchte neben meinem Job oder vielleicht auch irgendwann mal in Vollzeit nochmal was anderes machen? Ja, also für mich ist es so, wenn man so diesen öffentlichen Dienst betrachtet oder jetzt speziell so die Laufbahn bei den Beamten, dann ist das ja alles sehr strukturiert. Also alles läuft in sehr geregelten Bahnen. Ich sage immer ganz gern, okay, die sagen immer, ich bin Beamter auf Lebenszeit. Ich sage immer, ich habe Lebenslängen nicht bekommen. Ich merke schon, das ist nicht dein Konzept. Ja, also irgendwie habe ich halt immer gemerkt, ich hatte nie eine wirkliche Alternative dazu. Ich habe nie so irgendwas gesehen, was ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen muss, wo ich voll drin aufgehe oder so. Ich habe jetzt meinen Job auch nicht, ich hasse meinen Job auch nicht, so ist es nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, irgendwas fehlt mir in meinem Berufsleben und das passt für mich nicht hundertprozentig. Ich habe immer mal so ein bisschen links und rechts geschaut, was es für Alternativen gibt. Ja, ich hatte Sales auch nie wirklich auf dem Schirm. Das war jetzt, ich hatte dann privat, sage ich jetzt mal, noch einen kleinen Schicksalsschlag oder mehr oder minder großen im letzten Jahr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, was habe ich zu verlieren? Ich habe nichts zu verlieren. Stark. Was soll einem passieren in Deutschland? Es kann einem nichts passieren, wenn man jetzt so einen Schritt geht. Ja, und deswegen dieser Schritt aus dieser, sage ich jetzt mal, vermeintlichen, sicheren Welt heraus. Rein in die finanzielle Freiheit, ne? Genau, so sieht es aus, ja. Ja, sehr, sehr stark. Du bist, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Wochen dabei. Magst du mich mal noch mal kurz abholen, wann du genau gestartet bist? Ich habe Ende des Jahres 23 gestartet. Ich weiß gar nicht mehr genau, das war 28. oder 29. Dezember, meine ich. Also kurz vorm Jahreswechsel. Und ja, genau. Ich bin jetzt seitdem dabei und mir gefällt es eigentlich wirklich super. Macht riesen Spaß. War irgendwie auch ganz anders, was ich so hatte. Also ich hatte keine großen Erwartungen. Also klar, man bekommt ja viele Infos vorab. Aber es ist dann doch irgendwie alles dann doch ganz anders, wenn man dann mal diesen Schritt reingegangen ist. Kannst du mir da mal so die zwei, drei Punkte mitgeben, die für dich vielleicht auch anders waren? Oder zwei, drei Learnings, was du mitgenommen hast? Also jetzt aus der Ausbildung, ne? Ja, ja. Also was für mich halt so ein großer Mehrwert einfach ist, das sind die Live-Calls. Also das, finde ich, bringt einfach enorm viel. Nicht nur das, dass man selber dann mal was übt, ob es jetzt Einwandbehandlung ist oder Analysephase oder irgendwas dergleichen. Es ist auch tatsächlich so, man nimmt, finde ich, enorm viel mit aus diesen anderen Gesprächen, die stattfinden von den anderen Teilnehmern, denen ihre Übungen. Also da bin, manche sagen, es gibt diese Lerntypen nicht. Aber für mich ist, für mich persönlich ist es so, wenn ich das sehe, dann nehme ich da halt einfach enorm viel mit. Ja, und ja, ich war von Anfang an auch, habe ich versucht, in den Live-Calls mit drin zu sein, auch wenn ich da jetzt noch nicht aktiv irgendwie was geübt habe in einem Rollspiel. Aber das hat schon, einfach mal, um zu sehen, wie das abläuft, das nimmt einem auch direkt die Angst, wenn man einfach dann auch sieht, da wird man jetzt nicht rund gemacht, egal an welcher Position man startet. Der eine ist vielleicht ein bisschen extrovertierter, es fällt ihm leichter, der andere ist vielleicht ein bisschen introvertierter, muss noch ein bisschen aus sich raus. Da wird jeder abgeholt und man kann da so sein, findet seinen Weg rein. Das fand ich einfach enorm wichtig. Und ja, die Trainingsplattform ist super, ist klar strukturiert. Ja, genau. Ja, mega stark. Jetzt lobst du uns fast ein bisschen über den grünen Klee. Was waren denn so für dich persönlich vielleicht ein, zwei Sachen, die du jetzt mitgenommen hast, wo du sagst, boah, das habe ich dazugelernt, das kann ich vielleicht im Alltag anwenden oder das hat mir vielleicht beruflich auch noch mal neue Perspektiven geöffnet? Was für mich, also wenn man sich halt so ein bisschen beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung und alles, was halt heutzutage so beruflich einfach so ein bisschen Thema ist, dann fällt einem immer so dieses auf die Füße, dass man sagt, ja, man braucht irgendwie einen Mentor in seinem Leben, wenn man sich weiterentwickeln will. Man braucht jemanden, an dem man sich orientiert. Und alles schön und gut. Aber wo kriegt man denn her? Also die wachsen ja auch nicht auf dem Baum. Ja, da gab es so, da gibt es ja diesen Film, The Wolf of Wall Street, da gibt es die eine Szene, da kommt irgendwie Jonah Hill zu Leonardo DiCaprio und er fragt ihn, was er arbeitet und er sagt halt, ja, er macht das und das und er verdient halt irgendwie 70.000 Dollar die Woche und es geht gar nicht ums Geld jetzt in dem Moment, es geht eigentlich nur darum, dass er dann sagt, ja, wenn er ihm diesen Schenk zeigt, dann kündigt er seinen Job und arbeitet für ihn. Und das war so dieser Moment, wo er seinen Mentor in dem Moment gefunden hat. Und das war irgendwie so dieser, ja, das ist irgendwie so ein Moment, wo ich jetzt mit dem Closing so ein Stück weit für mich habe. Jetzt nicht so extrem, aber es geht so in die Richtung, weil auf einmal ist da jemand, der dir sagt, ey, mach das so und so und so und wenn du das so machst, dann funktioniert das. Und du merkst halt irgendwie auch, aber es hat eine klare Struktur. Und das war halt einfach so für mich so, so dieser Moment zu erkennen, ja, das ist vielleicht dieser Mentor, den ich in dem Moment gefunden habe, ja, oder dieses Mentoring-Programm. Ja, und was auch noch für mich einfach so ein extrem wichtiger Faktor war, ich hatte immer so ein, ich will jetzt nicht sagen so ein schlechtes Bild vom Verkaufen oder so, ja, aber das war dann einer der Mindset-Calls und da ging es halt darum, da habe ich halt zu Konstantin gesagt, ja, es gibt ja immer so, ich habe immer diesen Satz im Kopf, ja, der würde seine eigene Mutter verkaufen. Das ist aber schon hart. Ja, genau, aber das ist ja, manche sagen, ja, der verkauft einen Eskimo im Kühlschrank, ich sage, der ist so, der würde seine eigene Mutter verkaufen. Dann hat Konstantin halt irgendwie auch gemeint so, ja, aber man braucht diese Verkäufer, man braucht das Schlechte, an dem man sich reiben kann oder das, wo man dagegen stehen kann, ja, weil ohne schlechte Verkäufer kann es auch keine guten Verkäufer geben, und das war auch noch so eine wichtige Erkenntnis, dass man einfach sagt, ja, was mache ich da draus? Also im Sinne von, du musst dann ja auch nicht der werden, der seine Mutter verkauft, ne? Richtig, genau, ja. Also das war halt einfach so ein wichtiger, so ein wichtiger Gedanke, der da einfach so für mich, den ich da für mich mitgenommen habe. Mega stark. Genau. Mega, mega starke Geschichte auch, die du da jetzt, also zwei mega starke Geschichten, die du da erzählt hast. Ich danke dir, dass du da auch so ausgeholt hast und mich einmal so mitgenommen hast. Richtig, richtig cool. Ich glaube, das wird gut für dich. Du bist ein guter Redner. Ja, das war immer so ein Punkt in meinem Leben. Ich habe mich immer so gefragt, ich bin jetzt kein guter Handwerker, ich wäre nie Anwalt geworden, ich wäre nie Arzt geworden. Und das war das, was ich eingangs gemeint hatte. Ich konnte nie wirklich sagen, wohin meine Reise geht. Ich bin immer so dahingeschwommen. Und ich weiß auch jetzt noch nicht hundertprozentig, in welche Richtung das mit dem Closing gehen wird, aber ich merke einfach, das ist etwas, was mir in Anführungszeichen halbwegs leicht fällt. Ja, weil es macht für mich alles irgendwie Sinn und ich denke so, ja okay, wenn es so das ist, was ich machen muss, Analysephase und das und das und das, ja, es macht irgendwie Spaß. Ja, also mir machen die Rollenspiele Spaß und ich denke so, ja, wenn das also mein eventuell potenzieller Job da draußen ist, dann denke ich mir so, ja okay, Jackpot, ja, mache ich. Geil. Geil. Ja, dann geht es ja jetzt bei dir auch langsam in die Bewerbungsphase, oder? Also in die heiße Phase. Hast du dir da schon ein paar Gedanken drüber gemacht, in welche Branchen es gehen könnte oder gehst du völlig offen an die Sache ran? Also ganz am Anfang, da soll man sich ja auch so ein bisschen in die 44 Nischen reinarbeiten und sich Gedanken dazu machen. Und ich war am Anfang so sehr auf, so ein bisschen auf den B2B-Bereich und auch auf Aktiencoaching oder sowas, oder Investmentcoaching, so in die Richtung. Aber umso mehr ich mich jetzt mit diesen in den Rollenspielen das auch mitbekomme, den Abnehmencoaching, der Datingcoaching und so, ja, irgendwie weckt das so mein Interesse. Habe ich irgendwie nicht den Fokus drauf, aber ich finde das irgendwie total interessant. Also, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist sowas greifbar. Klar, jemand im Business-Bereich, der hat natürlich auch sein Pain und sein Problem, das er gelöst bekommen möchte. Aber im Privatbereich oder jetzt, ja, im Privatkundenbereich, ich finde das so, das ist so klar und deutlich teilweise. Wenn jemand ein Problem mit seinem Körper hat, dann ist das klar, was er braucht. Oder wenn jemand einen Partner finden möchte, das ist auch irgendwie sowas, was ich halt persönlich gut nachvollziehen kann. Also ich bin noch nicht hundertprozentig fix, aber ich glaube, ich kann mir da auch das ganz gut vorstellen, Dating oder Abnehmcoaching. Sehr, sehr stark. Ja, musst du dich ja jetzt auch nicht festlegen. Du kannst ja einfach mal schauen, wohin deine Reise geht. Und da würde ich im Übrigen auch gerne in ein paar Wochen nochmal was von dir hören, wenn du da Lust hast, dass wir da nochmal ein Update-Interview machen. Hast du denn so für Leute, die jetzt vielleicht sich das Video anschauen, die noch nicht so weit sind wie du und vielleicht noch überlegen, soll ich das machen? Ist Closing was für mich oder eher nicht? Hast du da vielleicht basierend auf deinen Erfahrungen nochmal so ein Schlusswort, was du diesen Leuten mitgeben möchtest? Ja, also ich habe mir da ein bisschen Gedanken im Vorfeld gemacht. Ich glaube, dass das auf jeden Fall was für Menschen ist, die halt einfach im Moment keine Perspektive so richtig sehen. Also, wenn die Menschen glücklich sind in ihrer Situation, alles gut, aber wenn jemand jetzt in seiner Perspektive, in seinem bisherigen beruflichen Umfeld keine Perspektive sieht, einfach ein bisschen unabhängiger zu werden oder sich in irgendeiner Form in eine Richtung zu bewegen, wo man, ich nenne es jetzt mal so, auskömmlich wirklich verdienen kann oder Spaß haben und ein bisschen Flexibilität in sein Berufsleben reinzubekommen, dann sollte er das machen. Und wenn er dafür halt nicht studieren will oder Unternehmer werden möchte, dann ist das, glaube ich, einfach der Weg. Und ansonsten, ja, also, man gibt für so viel unnötigeren Scheiß Geld aus. Ja, also, ich muss das jetzt noch kurz sagen, vielleicht abschließen. Also, ich hatte auch zeitweise, hatte ich mich für einen berufsbegleitenden Masterstudiengang eingeschrieben. Nur um das mal, ich will jetzt gar nicht so weit vorfassen, aber so ein Ding kostet 10.000 Euro, ja, oder 10.000, 12.000 Euro. Ja, und da ist nicht klar, welche Rendite ich eventuell rauskriege oder dass mir das irgendjemand später mal im Berufsleben vergüten wird. Das sieht beim Closing, würde ich behaupten, einfach wesentlich anders aus. Das will ich dazu vielleicht uns noch abschließend sagen. Mega, mega, mega stark. Da mag ich gar nichts mehr hinzufügen. Silvio, ich danke dir wirklich für deine offenen Worte sehr, sehr, sehr stark. Sehr cool auch, dass du uns da so, wie gesagt, dass du so ausgeholt hast und uns solche Einblicke gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einigen Wochen oder Monaten nochmal miteinander sprechen und mal schauen, wo du denn letztendlich gelandet bist und wie es dann für dich läuft. Alles klar, sehr gerne. Dann wünsche ich euch eine gute Woche. Dankeschön, auch.